Guten Morgen, guten Morgen, ihr Hübschen und willkommen zum 8.12. Wir haben heute noch die Wassermann-Energie und als Tagesenergie 8 und 12 den Park dazu. Das ist die öffentliche Anerkennung von was. Guckt euch die Kartensauswahl an und das ist auch das, was wir im Halbmond-Orakel hatten in der Neunerlegung jetzt zum Halbmond von, wenn man in der Lage war, seine Gefühle zu offenbaren oder man ist jetzt in der Lage dazu, ehrlich zu dem, was einem 20 und 16 ist, die 36, das Kreuz, was einen belastet. Dann folgt da drauf, das ist komplett die Neunerlegung zum Halbmond-Orakel, die öffentliche Anerkennung. Also öffentlich, ich nehme mal an, dass ihr euch nicht in irgendeinem Park gestellt habt mit dem Megafon und da eure Gefühle rausbesaut. Aber von demjenigen, wo diese offenen und ehrlichen Gespräche fällig waren oder sind, ja, wir sind in den Energien, könnt ihr mit einer Anerkennung von dem, was ihr ehrlich aus dem Herz, das Herz lügt nicht, offenbart rechnen. Das ist ein Erfolg, der nach einer Offenbarung folgt, womit man auch, ja, nee, Punkt, ist so. Ja, na dann, gucken wir mal rein. Der Tenor ist also trau dich, ja. Trau dich, was zu sagen, ist so die Überschrift von dem Halbmond, ja, würde ich jetzt so sagen. Und dann gucken wir mal rein, was wir noch dazubekommen haben. Zutrau dich. Was können wir noch dazubekommen? Ja, genau, hier, guck mal. Du wirst beobachtet. Das wird beobachtet. Also, ja, egal, wer daran beteiligt ist, ne, gegenüber, ne, Partner, Familie, Freunde, Chef, Kollegen, beobachten ja sowieso schon länger, sozusagen, ne, dass da was rumort, ne, das wird beobachtet und die Anerkennung erfolgt, wenn ihr sozusagen mit der Sprache rausrückt, ja. Und das ist wieder das, was wir schon die ganze Zeit auch in der Energiearbeit haben, ne. Das Wörtchen Nein integrieren. Nee, das war im Venus-Mars-Orakel. Ach so, dankeschön. Kleinen Schlau-Scheißer hier. Ja. Nein, ne, zu dem, das ist das, was wir schon gesagt haben, ne, nein, zu dem, was euch belastet, ne, hier haben wir wieder das Schicksalskreuz drüber, ne, nein, zu dem, wo eure Grenzen überschritten werden, ist der Tenor, der Halbmond ist jetzt halt der Tenor von dem, was wir schon die ganze Zeit hatten, ne. Es wird beobachtet, ja, wie, ähm, offen und ehrlich ihr da in der Lage seid, das zu kommunizieren, ne. Halbmond-Orakel, ne. Fordert ihr, hier, da haben wir wieder, ne, raucht Tee selbst wert, ne, innen wie außen, ne, sei es dir wert, innen wie außen. Ja, verschleppe es nicht, schlepp es nicht mit dir rum. Da sind wir auch wieder bei meinem Sohnemann, ne, der, ähm, kriegt dann immer, ja, wenn ich dann schon merke, der brütet wieder irgendwas aus, wo er nicht mit der Sprache rausrückt, ne, der kriegt ja immer sofort Halschakra, ja, der wird dann immer heiser, ne, fängt dann zu husten und kriegt Halsschmerzen, da weiß ich schon immer, äh, 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 wann legt er das Ei, ha, ha, ja, und so ist das hier, so, ja, das Umfeld, ne, das, äh, äh, entsprechende betroffene Umfeld, äh, weiß das so im Grunde genommen sowieso schon, ja, weiß es sowieso schon, und jetzt, äh, geht's einfach nur drum, ne, rückt ihr mit der Sprache raus, ja, seid ihr ehrlich? Habt ihr mittlerweile diese Wertigkeit, ne, für euch? Oder, ne, ist ja immer so, verlangt man von anderen, ihr kennt das, ne, duale Welt, Spiegel, kennt ihr alles, verlangt man von anderen zwar diese, äh, Ehrlichkeit, ne, und dass die sich offenbaren, ne, und, ähm, selbst rückt man aber hier mit der Sprache nicht raus, ne, verklemmt sich das, ja, verschleppt das. Ja, hier genau, wie weit bist du, ne, da, guck mal, welche Spiegelung brauchst du, ja? Brauchst du, ne, noch die Spiegelung, dass, ähm, ja, ja, ne, tausend Fragezeichen noch über dem Kopf, ja, weil, äh, sich jemand einfach nicht klar ausdrückt, ne, brauchst du diese Spiegelung noch, wie sich das anfühlt, wie das ist, ne, oder, äh, hier, hast du mittlerweile die Wertigkeit, das ist im Grunde genommen das, was ich schon erklärt hab, ne, hast du mittlerweile die Krone auf, ja, bist du es dir selber wert, ne, genau, das ist die Frage, und wenn du eine Königin bist, ne, hast du überhaupt gar kein Problem damit, Dinge, äh, zu besprechen, die dich belasten, ja, oder Grenzen zu setzen, oder das Wort Nein in deinem Sein zu integrieren, ne, no problem, ja. Und das, würde ich sagen, sieht gut aus, ja, sieht gut aus, steht dir auch schon eine Krone, ist hübsch. Du bist zur Königin geworden, und die Liebe zu dir selbst, hat dafür gesorgt, dass du deinem Herzmenschen nun plötzlich sehr neutral gegenüberstehst, und ihm sie es, ja, mit anderen Augen siehst. Willst du ihnen sie überhaupt noch? Ja, das ist natürlich krass, ne, es wird beobachtet. Ihr guckt mal, und da sitzt jetzt wer anders, ne, und macht sich diese Gedanken darüber. Ne, ist ja wohl zwingende Voraussetzung, dass du erstmal ehrlich zu dir selbst bist, ne, und wenn die Antwort Nein bist, ist, ne, dann es dir wert bist, ja, da auch öffentlich zuzustehen. Das wird beobachtet. Hast du diese Kraft und Macht? Bist du zur Königin geworden? Ja, krass. So, das ist aber die Frage, das ist das, was ich euch immer erkläre, braucht dieserjenige, welche das überhaupt? Ja. Und dieserjenige, welche braucht das nicht, ja, wenn du noch nicht zur Königin geworden bist, noch nicht in deinem Selbstwert stehst, ja, und zu allem Ja und Amen sagst, ne, und man mit dir machen kann, was man will, dann, äh, braucht dieserjenige das natürlich nicht, ne, ist ja klar. Das ist ja logisch. Ja, krass. Aber, das ist ein Prozess, und ob ihr an diesem Punkt der Wertigkeit angekommen seid, diese Frage könnt ihr euch jetzt nur selbst beantworten, ja. Das könnt ihr euch nur selbst beantworten. Gut. Dann entlasse ich euch jetzt mal, und wir gucken dann morgen früh wieder rein. Bis dann. So haben. Ja. Ciao.